Hallihallöchen, ja lieben, herzlich willkommen zurück zu, äh, ja, was spielen wir? Final Fantasy XIV und Realm Reborn, meine Güte. Ähm, jetzt hab ich wirklich grad ein bisschen verpeilt. Da guckt man gerade noch Videos von einem anderen Let's Play und amüsiert sich noch im Kopf darüber, dass derjenige fast den falschen Titel anmoderiert hätte. Ja, der spielt aber, wenn jetzt nur zwei verschiedene Spiele oder Let's Play zwei verschiedene Spiele, ich Let's Play nur das eine und das fällt mir das Spiel dann, wenn ich ein... Hm, das macht mir jetzt Gedanken. Wahrscheinlich hab ich in letzter Zeit ein bisschen zu viel im Kopf. Wir sind gerade auf dem Weg zu Buscaron, denn wir wollen den Bericht erstatten, denn wir haben die Älteste erfolgreich befreit. Und diese frohe Botschaft müssen wir nun überbringen. Joa, heute mit Absicht ohne Video, nicht, äh, ohne, ohne, hier, ist das schon, ne, Gesicht und so. Nur, dass ihr es wisst, nicht, dass ihr denkt. Ich hab da was kaputt gemacht. So, hier, Buscaron. Da bist du ja wieder. Und? Hast du die Älteste der Sylfen gefunden? Na, da hast du ja einiges erlebt. Aber es hat ja nochmal ein gutes Ende genommen. Ich werde der Bruderschaft direkt von deinen Geruchstaten berichten. Oder was meinst du? Jetzt können wir endlich mit den Sylfen verhandeln. Du solltest aber gleich zur Sylfenzuflucht laufen. Das hat Frixio dir doch gesagt. Vielen Dank für alles. Ich hoffe, du schaust bald wieder vorbei. Ich werde stets einen guten Tropfen für dich bereithalten. Das eklige Zeug, das wir herangeschafft haben von seinem Kumpel? Von seinem Kiki-Kumpel? Hat er nicht gerade gesagt, wir sollen zur Sylfenzuflucht? Na gut, dann rede ich nochmal mit ihm. In Freundschaft verbunden. Buscaron möchte den Sylfen etwas zukommen lassen. Ah, wir sollen was mitnehmen. Hast du vor, gleich jetzt zur Sylfenzuflucht zu gehen? Könntest du etwas für mich mitnehmen? Zu sicherem Rückkehr ihrer Ältesten möchte ich den Sylfen etwas schenken. Außerdem will ich meine Hoffnung ausdrücken, dass wir weiterhin in Freundschaft verbunden bleiben. Schließlich sind wir gewissermaßen Nachbarn. Seit der Katastrophe hat sich der Wald stark verändert. Die Gebieter sind geschwächt. Bis das Gleichgewicht wiederhergestellt ist, müssen alle freiheitsliebenden Wesen des Waldes zusammenhalten. Nur wenn Credania und Sylfen zusammenarbeiten, können wir den Wald beschützen. Das Geschenk soll ein Zeichen unserer Verbundenheit sein. Oh hey, der Ophilio hat auch noch eine Quest für uns. Machen wir natürlich, bevor wir wieder in den anderen Wald gehen. Die Ruhe des Waldes Ophilio möchte, dass du galeische Soldaten findest und zur Strecke bringst. Verzeih mir, dass ich dich in letzter Zeit so in Anspruch nehme, aber ich brauche schon wieder deine Hilfe. Die Galeer scheinen sich noch immer in dem Wald herumzutreiben und nach der Ältesten der Sylfen zu suchen. Wir dürfen sie nicht länger ignorieren. Finde sie und bereite ihnen einen gebührenden Empfang. Okay, das kriegen wir hin. Aber nicht ohne Unterstützung. Oh, Stufe 30, da seht ihr schon mein kleiner Schokobo. Keine Ahnung, ob ihr es lesen könnt. Die eine Quest heißt so. Das ist noch ein bisschen hin. Aber dann... Dann lernen wir, dass wir auf einem Schokobo nicht nur reiten können. So, irgendwo hier soll ein Galeer rumspringen. Dann schauen wir doch mal. Äh, mir juckt die Nase. Das ist ungünstig, wenn man laufen will. Obwohl, hier geht das ja auch nur mit der Maus. Ha! Der weht. Da oben ist der Zielort. Dann würde ich sagen, mache ich mal die Dämonenfliegenverlegeret. Und keine Lust gegen Galeer und ein random rumstehendes Vieh zu können. Na? Was ist das? Ich hasse das. Und gut. So. Schauen wir uns mal um. Hier ist natürlich ein guter Standort, um uns zu schauen. Schön erhöhter Punkt. Und wir sind fündig geworden. Ein Signifer der dritten Kohorte. Die Signifer sind die Schwarzen Majer, wie wir sehen. Und Kohorten gibt es so ein paar. Aha, da unten ist der andere Zielort. Seht das? Unter der Brücke. Das ist natürlich ein behinderter Platz. Äh, nee. Behindert wollen wir nicht sagen. Ein unkluger Platz, um sich nach Gegnern umzusehen. Ich gebe mich mal hinter diesem Sekutor der dritten Kohorte. Sekutoren sind die Faustkämpfer, wie wir sehen. Irgendwann will ich mir das mal merken, wie die heißen. Eigentlich müsste ich es schon längst wissen. Das ist eigentlich gar nicht so unklug, das zu wissen, wenn man gegen Gruppen von Galear kämpft, dass man zum Beispiel an den Namen, an der Leiste, an der Seite immer gleich weiß, welcher Gegner jetzt ein magischer Gegner ist oder vielleicht ein Heiler oder so. Aber ich kann es mir nicht merken. So. Ah, das Bier schmeckt ihm gleich, weil besser ist das schön. Jep. Der Horst ist jetzt wieder eine Weile sicher, weil die Galear jetzt wissen, dass er beschützt wird. Gut, dann müssen wir... Hallo, Karte. In den Ostwald. Genau, das ging hier einfach durch. Ich erinnere mich. Juhu. Die nächsten drei Folgen könnten übrigens auch ohne Video werden. So, roundabout. Also diese und... Ohne Video, ich sag immer ohne Video, ist ja totaler Quatsch. Wie will man denn ein Video machen ohne Video? Ihr wisst schon, ohne Facecam. Mein Carfunkel ist gerade verloren gegangen. Weil ich jetzt vorhabe, eigentlich vier Folgen aufzunehmen. Gucken, ob das klappt. Aber... Moment, hier bin ich falsch. Da ist der Ostwald. Ich bin eine Dominus, eine Dominus, eine Dominus. Na gut, dann fahrt ich. Aber ich hab auch... Ich hab da draufgeklickt und er hat mich an der Seite rausgeschmissen. Deswegen hab ich gar nicht weiter hingeguckt. Gäre. Nein, lass mich doch mal da jetzt hin. Herrliches Wetter hier im Wald. Im Real Life übrigens auch. Es scheint schon den ganzen Tag die Sonne wunderschön. Ich hab zwar noch nicht viel Verschattungsmöglichkeiten bei mir in der neuen Wohnung. Hier, wo ich schlafe und aufnehme, wo mein Rechner halt steht, da hab ich schon Vorhänge. Und ich hab jetzt auch in Bad und Küche so ein bisschen wat rumhängen. Was jetzt nicht wirklich Verschattung ist, aber wenigstens hübsch aussieht. Da braucht man ja nicht wirklich verschatten. In Bad und Küche will man es ja meistens doch hell haben. Aber die restlichen Zimmer, da will ich noch Rollos anbringen. Aber irgendwie hab ich noch nicht die richtigen Rollos gefunden. Ich hab zwar jetzt welche gekauft, aber die passen nicht. Ich kann die nächste Hauptquest annehmen, bevor ich die Hauptquest abgegeben habe. Das ist interessant. Hier haben wir ja die schöne Silfenmusik. Hier waren wir zu viel, zu lange nicht. Und der Ganji Maniak, es war Neuling, hat sich aber die Collectors gekauft. Deswegen reitet er auf einem Chör. So, Knolexia. Die Laufende bringt den Unsringen ein Geschenk aus dem Horst. Schauen wir mal, guck. Oh, solch ein lieblicher Duft hat die Meinige noch nie gerochen. Der Seinige aus dem Horst und die Laufende sind sehr freundlich. Die Meinige ist sehr freund und dankbar. Den Unsringen fällt es nicht leicht, den Eurigen zu vertrauen. Viel Unheil, Lug und Tug mussten die Unsringen ertragen. Doch die Meinige ist gerührt und vertraut den Eurigen. Die Unsringen und die Eurigen sollen in Freundschaft verbunden sein. Oh, so süß. I like the Silfen. Wir hatten doch noch gleich eine Quest für uns, dann gucken wir mal. Knolexia ist dir über allemaßen dankbar. Der Segen des Waldes und wir bekommen eine Schärfe, die wir gut gebrauchen können. Wir sollen ihr Blut besorgen aus Mücken. Okay. Aber, bevor wir das tun, reden wir mit Kormuxio, die vor dem Zelt der Ältesten, glaube ich, hier rumfliegt. Ramu und die Silfen. Kormuxio und der Silfen Zuflucht möchte, dass du mit Frixio sprichst. Ach, Busti, doch, dass es heute noch Katzen gibt. Oh, die Deinige ist gekommen. Die Meinige wird die Älteste rufen. Älteste Frixio, Besuch ist da. Da kommt sie eigentlich mit. Cool. Ah, Abenteurige. In Totorak hat die Deinige sehr, sehr geholfen. Ach, die Beine sind natürlich auch im Start. Können sie wieder rumstehen und den Maul auf dem Pfeil halten. So treffen wir uns also schon wieder, Noel. Und die Beiträgen haben Noraxia geholfen. Vielen, vielen Dank. Nicht der Rede wert, aber wieso wart ihr eigentlich an jenem Ort? Vor einiger Zeit sind im Wald die gemeinigen Galea aufgetaucht. Die Unsrigen wollen den Grund dafür finden. Deswegen beobachteten wir die Störfriedigen. Aber die Metalligen entdeckten die Unsrigen und die Unsrigen mussten fliehen und waren plötzlich im Südwald. Die Unsrigen Atemlosigen haben sich in den tiefigen Höhlen von Totorak versteckt. Aber ein Düstriger mit einer Maske wollte die Unsrigen in Monstrige verfüttern. Ein Düstr... Oh, mit schwarzem Umhang und Maske. Wenn das nicht... Ja, es besteht kein Zweifel. Hör zu, Frexio. Wir sind als Gesandte aus Gredania hier. Ah, die Eurigen fürchten sich also vor dem großigen Ramun. Wo hat sich das jetzt hingesteckt? Äh, ja, so könnte man das ganz verkürzt ausdrücken. Aber versteht uns richtig. Wir kommen in Frieden. Ja, und ihr habt doch schon einmal Ramun beschworen und seither machen sich die Leute ein bisschen Sorgen. Ich meine nicht, dass wir euch etwas unterstellen wollen, aber... Kani-Sana ist eine Gutige. Die Unsrigen wissen, dass sie nichts Finstriges im Sinne hat. Dass die Unsrigen Ramun gerufen haben, hatte einen Grund. Im Wald gehen die Metalligen um und die Unsrigen wollten sie vertreiben. Aber wenn Ramun herabsteigt, dann werden unsrige Köpfe verwirrt, wie wenn sie nur lehrige Blätter wären und Ramun drinnen wohnt. Die Unsrigen in dieser Zuflucht sind dagegen, dass die finstrigen Sülfen Ramun beschwören. Das sieht ziemlich nice aus. Schwieren wir noch ein bisschen mehr? Das sieht echt ziemlich nice aus. Ich meine, ich weiß nicht, wie Ramun ausschaut, aber... Boah, ich mag das. Die Unsrigen wollen die von Ramun Verwirrigen retten, aber wie? Ramun ist ein beschütziger Guter. Auch wenn die Unsrigen ihn gerufen haben, solange die Eurigen nicht in unsriges Gebiet kommen, wird nichts Schlechtes geschehen. Die Unsrigen wollen keinen Krieg mit Kredania. Deswegen bitten wir die Eurigen um Zeit. Die von Ramun beeinflussten Sülfen können sich seiner Macht nicht entziehen. Und da Ramun ein Schutzgott ist, der sein Gebiet mit aller Kraft behütet, werden auch sie keinen Millialen weichen. Und wenn ihnen jemand zu nahe kommt, schrecken sie vor nichts zurück. Aber wieso sollten sie die Sülfen aus der Zuflucht entführen wollen? Wahrscheinlich, um sie wieder einzugliedern und Ramun zu stärken. Jedenfalls hat jeder Prima-E und die von ihm beeinflussten ganz verschiedene Besonderheiten. Wir können sie nicht einfach unbesehen angreifen. Frixiu, wir haben verstanden, was euch Sülfen bewegt. Diese Botschaft wird auch die Kredania erleichtert aufatmen lassen. Hier, dasjenige ist eine Schrift mit den Regeln und Gedanken der Unsrigen. Gebt es den Eurigen und die Eurigen werden noch besser verstehen. Wo hat sie das jetzt hergeholt? Oh, das ist wirklich sehr hilfreich. Vielen Dank. Toll, wie umgänglich und verständnisvoll Frixiu ist. Da könntest du dir ruhig ein Scheibchen von abschneiden, mein Lieber. Dass du von Verständnis fahrselst, Ida. Norell, wir machen uns auf den Weg zum Sonnenwind und berichten in Filia. Dass der Dialog mit den Sülfen so erfolgreich war, ist dein Verdienst. Deswegen steht es auch dir zu, diese Schriftrolle an die Bruderschaft der Morgenwiederbar zu überbringen. Im Klartext, du hast schon die ganze Arbeit gemacht, also macht Gefällig's auch zu Ende. Wir wollen chillen. Frixiu, wir danken euch für alles. Euer Verständnis hat ihr sehr den Frieden ein Stück näher gebracht. Oh, auch die Unsrigen danken sehr. Mögen die Friedigen letztlich sieben. Oh Gott. Sehr in Ohr. Abenteurige, warte. Die Erleichterigen möchten der Hilfreichigen ein Geschenk geben. Dieser blitzige Kristall ist von damals, als Ramuh zu den Unsringen gekommen ist. Oha. Der nächste Kristall. Der nächste Kristall ist von damals, als Ramuh zu den Unsringen gekommen ist. Er wusste es, einer erwähntige. Bestimmt wird die Deinige von einem großen Schicksal erwartet. Der Kristall von Ramuh hat einen hellen Schein in der Deinige erweckt. Einmal wird er etwas ganz Besonderes bewirken. Bis dahin soll die Anvertrauige ihn sicher bewahren. Und die Meinige hat eine Bitte. Auf dem Rückweg nach Credania soll die Dankeswertige die finstringen Sylphen besuchen. Auch wenn die Finstringen von Ramuh beeinflusst sind, bleiben dieselbigen im Sylphenland. Deswegen müssen die Bewohnerinnen von Credania nicht gegen die Finstringen kämpfen. Die Hilfreichige soll selbst sehen. Die Meinige markiert auf der Karte, wohin die Tamtringe gehen muss. Dann werden keine Monstrigen den Weg versperren. Nachname, Vorname. Sehr schön. Ich muss da hin. Und was ist da? Ach genau, die Nebenquests ist da noch. Machen wir da natürlich noch. Mich schreckt ein bisschen die Sonne aus Display. Aber nicht so schlimm. Bloß hier ist es gerade zu dunkel. Deswegen fällt es mir besonders auf. Du hast deinen bisher unbekannten Ort betreten. Kommt noch irgendwas? Ja, gut. Du siehst, Besessen ist Mülphen in einiger Entfernung. Sie stellen offensichtlich keine Gefahr dar, solange du nicht zu tief in ihr Gebiet eindringst. Okay. So, für die Hauptquests müssen wir nach Credania. Aber vorher geht es an die Nebenquests. Die Nebenquests ist Stufe 24. Und den Gürtel will ich haben. Die Druidin ist ja leider erst nach 23. Sonst hätte ich das jetzt mit ihr machen können. Aber wenigstens sind wir nicht mehr überlevelt. Mit der Druidin kann ich auch anderweitig leveln. Das ist gar kein Problem. Moment. Erstens aus. Und zweitens bei Fuß. Und zweitens bei Fuß. Das wusste ich nämlich. Dass ich ein Rattenschwanz am Mund dann hinter mir herziehen werde. Soll die ja jetzt schwächen, ne? Ich glaube, ich lasse meinen Karpumpel mal auf Aus stehen. Damit es nicht mit mir die Gegner weggetötet. Aus Versehen. Hat er Sitz. Nein. Okay. Das hat also noch nicht geklappt. Das dauert zwar ein bisschen länger, weil das Karpumpel macht ja auch Damage. Aber das sind wir trotzdem lieber. Ein littlenes Pinky im Aussehen. So weit weg. Und dann müssen wir doch noch eine andere Mückenart. Wann müssen wir den Hops in den Haarmücken, die ja gleich noch mit uns sprechen? Ah ne, wir sollen eins nach dem anderen anscheinend schon schaffen. Na gut. Na gut. Aber es würde mich wirklich nicht wundern, wenn wir... Die hatte doch was von zwei Mückenarten gesagt, oder? Naja, werden wir ja sehen. Und ein Kätzchen. Und ein Kätzchen. Und ein Kätzchen habe ich auch letztens mit meinem ersten Charakter gesehen. Ich glaube, gestern erst. Mit meinem Main. Nachname, Vorname springe ich ja auch hoch. Die Deutschen und ihre Namen für Charaktere, ey. Donnkätzchen und Nachname, Vorname. Ja. Ich habe die letzten Mücken matschig gemacht. Warte. Ja, Fabelhaft. Hier bitte. Times Money. Yay. Also doch nicht noch mehr. Tschö. Okay. Hat sie jetzt also diese Schärfe im Blut aus Mücken getränkt. Wenn man bedenkt, dass Blut aus Mücken allerhand Blut ist aus irgendwelchem Getier. Interessant. So. Willenskraft und Zaubertempo. Und Intelligenz und Konsti. Mehr Konsti, gleich für Intelligenz, Willenskraft, Krit und Zaubertempo. Ja, doch. Schön. Das schreiben wir gleich. Ist auch interessant. Ähm. In Druiden habe ich noch eine andere, eine schlechtere Robe an und einen schlechteren Gürtel. Trotzdem haben beide Gegenstandsstufe 19. Die Gegenstandsstufe steigt zum Teil echt irre langsam. Also. Ähm. Dabei habe ich ja mit ihr sogar ein besseres Buch. Und ihn habe ich, glaube ich. Oh. Mann. Ah, Stufe 23. Gut. Okay. Ähm. Das wollte ich jetzt noch fertig machen. Denn dann geht es jetzt raus aus dem Wald. Und, ähm. Ja. Den Wald wollte ich jetzt in der Folge noch fertig machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und oder alles. Äh. Einen Kommentar da. Ihr wisst ja, dass ich mich darüber sehr freue. Und ich antworte auch eigentlich auf jedes Kommentar, wenn es da irgendwas zum Antworten gibt. Oh, Mikrofon. Bist du süß. Gut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. In, äh. Kredania wieder. Ja. Genau. Also dann. Bis dahin. Tschüss, ihr Lieben.